Hallo liebe Schachfreunde, ich möchte eine weitere Partie von mir kommentieren, diesmal aus der fünften Runde in Erfurt und wie die Zahl 5 vielleicht impliziert, ist es auch tatsächlich mein fünfter Versuch diese Partie aufzunehmen. Es ist bis jetzt immer was dazwischen gekommen, ich hoffe diesmal nicht. Ich möchte gerne in dieser Stellung anfangen, es ist also wieder ein geschlossener Katalane gewesen, wo Weiß im letzten Zug auf d5 genommen hat, das ist ja, wie ich schon in den Videos in der Partie Petri Schmücker und Wolf Schmücker gesagt habe, eine kleine Ungenauigkeit, wer mehr erfahren möchte, sollte sich da vielleicht mal die Partien zu anschauen. Auf jeden Fall, der Tausch ist halt nicht besonders gut, weil der Läufer jetzt auf g2 sehr schlecht steht. In dieser Situation jedoch war ich etwas irritiert in der Partie, denn ich dachte mir, was passiert nach Springer e5, also wie mache ich da weiter? Ich möchte ja gerne den Springer entwickeln und zwar nach d7 geht es nicht so gut, dann kommt eine kleine Gabel von Weiß auf c6 und ich verliere das Läuferpaar. Also das würde ich nicht gerne spielen und ich hatte mich in der Partie mit Springer fd7 beschäftigt. Und wenn Weiß jetzt auf d5 nimmt, dieses taktische Motiv wurde auch schon besprochen vorher in anderen Videos, das scheint jedoch hier halbwegs zu gehen für Weiß. Also nach e schlägt d5, Läufer schlägt d5, Springer schlägt e5, jetzt hängt der Läufer und wenn er auf a8 nimmt, dann habe ich zum Beispiel den schönen Zug Springer bc6, auch Springer ec6 wäre okay, aber Springer bc6 greift halt den Läufer auch direkt an und der Läufer muss schlagen auf c6, Springer schlägt c6. Und jetzt gibt es eine ganz interessante Situation, mit denen einige Leute wahrscheinlich etwas Schwierigkeiten haben könnten, weil materiell betrachtet ist das Ganze ganz gut für Weiß gelaufen. Turm plus 2 Bauern gegen 2 Leichtfiguren. Und man sagt eigentlich tendenziell, Turm und 2 Bauern, das ist schon okay gegen 2 Leichtfiguren, aber hier nicht. Und zwar liegt das daran, die beiden Türme sind inaktiv, also die brauchen noch einiges an Zeit, bis die jemals aktiv sind, vielleicht auf der c-Linie. Und der Weiße König hat seinen Schutzläufer verloren auf g2, das heißt der König ist dauerhaft geschwächt und Schwarz hat hier mit 2 Leichtfiguren für den Turm und die 2 Bauern tatsächlich die Oberhand. Und also abgesehen davon hängt jetzt d4, das kann Weiß natürlich decken mit wahrscheinlich Läufer b2. Aber ja, seine Figuren stehen passiv und der König ist geschwächt. Dementsprechend sind hier die beiden Leichtfiguren mehr wert als Turm und plus 2 Bauern. Ja, also interessant, aber die Taktik, die wir vorhin schon mal gesehen haben, war, wenn Weiß hier nicht auf a8 nimmt, sondern d schlägt e5, das geht nämlich gar nicht für Weiß. Da folgt die Lösung, Läufer schlägt e2. Und ja, die Dame ist jetzt in einer dummen Situation, sie muss den Läufer decken. Gleichzeitig ist sie angegriffen und wenn sie zieht, um den Läufer weiterhin zu decken, zum Beispiel da mit d2, kann Schwarz einfach auf f1 sich weiter bedienen und am Ende hat er immer Einbauern mehr in der Regel. Ja, aber man kann die Variante mit Weiß verbessern und zwar an dieser Stelle, also er darf nicht sofort auf d5 nehmen, sondern er kann ganz geschickt, Springer schlägt, f7 ziehen. Und das ist ein Computervorschlag, den habe ich in der Partie, glaube ich, auch nicht wirklich berechnet. Aber wie gesagt, ich war schon eh so ein bisschen nicht ganz sicher, wie ich diese Variante einzuschätzen habe. Aber das ist jetzt wirklich interessant, weil nach Turm schlägt f7, Läufer schlägt d5, muss ich den Turm auf a8 wieder retten, indem ich eine Figur über Bord werfe. Springer c6 nimmt Turm c8. Aber ich kann den zweiten Turm trotzdem nicht retten, weil Läufer d5, also ich kann ja nur einen Turm retten, aber Läufer d5 hängt dann wieder in der Luft und diese Zugfolge ist einigermaßen forciert. Läufer schlägt f7, König schlägt f7. In diesem Fall hat Weiß sogar drei Bauern und Turm gegen zwei Leichtfiguren und trotzdem sieht der Rechner die schwarzen Chancen als leicht besser an, wenn man ihn ein bisschen rechnen lässt. Ja, das sollte darauf begründet sein, dass immer noch der Weiße König langfristig geschwächt ist. Aber drei Bauern und Turm sind schon eine Menge Holz und ich für meinen Teil denke mir, die Stellung ist wahrscheinlich recht unklar. Also, aber wenn der Computer meint, das ist absoluter Norm noch für Schwarz, sogar tendenziell etwas besser für ihn, gut, kann man sich vielleicht mal im Hinterkopf behalten, wenn man die Variante nochmal spielt und vielleicht sich darauf einlassen. Aber es gibt auch eine sichere Lösung für Schwarz und die habe ich in der Partie nicht gesehen, oder zumindest habe ich noch nicht drüber nachgedacht, und zwar an der Stelle kann man ganz gut Dame E8 spielen und das bereitet einfach Springer C6 vor, ohne sich auf irgendeine taktische Verwicklung einzulassen und auch da steht Schwarz schon sehr angenehm. Also, das kann man sich dann aussuchen, falls man diese Variante spielt, so zu reagieren auf Springer E5 in der Sekunde, also nach dem Tausch auf D5. Ja, aber das waren die Gedanken, die ich so hatte, aber mein Gegner spielte dann gefühlt nach zwei Minuten einfach Läufer B2 und damit war ich doch schon sehr zufrieden, weil Läufer B2 ist meiner Meinung nach ebenfalls kein besonders gelungener Zug. Der Läufer steht auf B2 auch schlecht, genauso wie der Läufer auf G2. Also beide Läufer von Weiß sind jetzt nicht besonders prickelnd. Gut, Springer C6, aktivstes Feld, Tum C1, Tum C8, A3 und hier bucht mir mein Gegner Remis an. Ja, ich verstehe das Remis-Angebot auch wieder nicht, weil ich habe über 200 Punkte mehr, das Brett ist noch voll und in welcher Welt soll ich hier das Remis annehmen. Also da muss es mir schon irgendwie schlecht am Brett gehen, dass ich dann das Remis annehme. Ich verstehe diese Angebote eigentlich nie. Ich habe abgelehnt und ja, spielte dann Springer A5. Es ist nicht so einfach, also das ist ja klar, wie ich schon in einer Partie gesagt habe, Schwarz hat eigentlich die Oberhand am Damenflügel. Weil ich habe hier mehr Figuren oder sind aktiver aufgestellt. Also man sieht hier, die drei Figuren machen was am Damenflügel und mal ich hier ein bisschen rum. Aber die Frage ist, wie man weiterkommen möchte. Und eigentlich muss man dann irgendwann versuchen, die Bauern nach vorne zu schieben. Alles auf die richtige Art und Weise. Aber Springer A5 fand ich sehr lästig für Weiß, weil die Dame deckt B3 und die Dame möchte wahrscheinlich sehr gerne nach D2 gehen, was jetzt natürlich nicht mehr geht, wegen der kleinen Gabel. Und die Frage ist halt, wie Weiß hier weiterkommen möchte. Wenn er B4 zieht, dann kann ich das Feld C4 besetzen. Was auch nicht sehr schön wäre für ihn. Ja gut, er spielte Springer D2, sehr schnell. Dame D7, jetzt habe ich meine Türme verbunden. Turm E1, Turm FD8. Ja, warum habe ich Turm FD8 gemacht? Eine Rechtfertigung, oder wie man versuchen kann, den Läufer auf G2 zu rechtfertigen, wäre es, hier E4 durchzusetzen. Also, wenn ich nicht besonders aufpasse, dann könnte es passieren, dass Weiß zu E4 kommt. Und normalerweise ist E4 ja nicht wirklich gut für ihn, weil es dann zu einem Isolani führt. Und das wäre hier ebenfalls der Fall. Ich habe Turm FD8 gespielt, um nach D schlägt E4 den Zug D4, D5 wirklich komplett auszuschalten. Ich habe auch direkt Druck auf D4 und das nicht zu knapp. Und wenn er ihn mit dem Springer nimmt, dann könnte ich hier wahrscheinlich schon alles Mögliche spielen. Also, ich sehe keine Gründe, warum. Ja, wahrscheinlich kann ich auch einfach so einen Zug machen wie Springer D5, vor der Turm schlägt C1. Also, hier kann man wahrscheinlich alles Mögliche spielen. Und Fakt ist, dass Weiß steht zu inaktiv, als dass er genug Kompensation hätte für die Struktur. Ja, deswegen habe ich Turm FD8 gespielt. E3 kam von Weiß. Und, ja, hier war natürlich schon klar, was Weiß vorhat. Er möchte gerne tauschen, tauschen, tauschen und Remis machen. Ja, nach Turm C7, jetzt gibt es keinen Grund mehr, die Türme nicht zu verdoppeln auf der C-Linie. Läufer F1. Und das war die Idee von Weiß, den sehr aktiven Läufer von mir abzutauschen gegen den sehr inaktiven Läufer von ihm. Aber, strategisch betrachtet, fällt es sich genau andersherum. Eigentlich ist sein Läufer auf F1 der bessere Läufer, strategisch betrachtet, wegen, weil mein Läufer hier die hellen Bauern auf den Weißen Feldern, hellen Bauern, sind ja dunkle Bauern, aber stehen auf den hellen Feldern und deshalb ist der Läufer auf A6 per Definition ein sogenannter schlechter Läufer. Allerdings hat er das Beste aus seiner Lage gemacht und er steht aktiv auf A6, während der Läufer von Weiß eigentlich der super, also der gute Läufer ist, weil seine Bauern auf schwarz stehen, aber er macht nichts und deswegen tauscht er ihn gerne ab, aber strategisch betrachtet ist das ein sehr guter Tausch für mich. Habe ich auch nichts gegen gehabt. Jetzt sind wir mit dem König, was auch ein bisschen seltsam aussah. Ich hatte dann schon gedacht, vielleicht kann ich mal irgendwann E5 spielen und mit Dame H3 irgendwas machen. Also das hatte ich durchaus angedacht, aber Tum Dezert ist erstmal der natürlichste Zug der Welt und es droht echt unangenehm für Weiß, Läufer schlägt A3, wonach der Springer nicht mehr genug gedeckt wäre, wenn der Läufer auf A3 zurück schlüge. Ja, und Weiß hat sich jetzt hier dazu entschlossen, in den sauren Apfel zu beißen und mir das Feld C4 zu geben. Er kann sicherlich auch passiv mit Springer D, B1 oder so was decken. Schön ist das mit Sicherheit nicht und es gibt, schwarz steht auch klar, besser danach. Okay, B4, Springer C4, strategisch habe ich jetzt quasi sehr schönen, starken Vorteil und die Ziele erreicht. Springer schlägt C4, Tum schlägt C4. Das Feld C4 ist besetzt, die C-Linie gehört quasi mir. Aber die Frage ist mal in solchen Fällen, wie geht es weiter? Und tatsächlich mache ich jetzt hier direkt einen Fehler. Laut Computer ist es kein großer Fehler, aber ich denke, es ist ein großer Fehler aus positioneller Sicht und die Frage ist halt, wie man mit schwarz hier weitermacht. Und klar ist, man sollte mit schwarz auf dem Damenflügel spielen und da brauchst du Angriffsziele. Also ist A5 der logische Zug, den es gibt und mal abgesehen davon, dass B4 direkt hängt. Ich weiß nicht, warum ich den nicht gemacht habe. Ich habe wahrscheinlich viel zu statisch gedacht mit dem Zug, den ich gemacht habe. Also A5, entweder muss weiß danach die B-Linie öffnen, indem er auf A5 nimmt oder muss durchziehen. Und das sind in beiden Sachen, in beiden Fällen habe ich hier auf jeden Fall schöne Ideen mit schwarz, wie ich hier weiter angreifen kann. Und ja, klarer Vorteil für schwarz. Aber stattdessen spiele ich B5 und der Zug ist nicht wirklich gut. Ich wollte irgendwie, wahrscheinlich wollte ich das hier festlegen, aber er ist zu statisch und potenziell gibt er das Feld C5 aus der Hand. Und weiß hat vielleicht jetzt auch mal so Ideen mit dem Springer nach C5 zu bringen, was wir gleich sehen werden in der Partie. Und ja, das war einfach nicht nötig. Ich habe das irgendwie zu statisch betrachtet. Aber so ist das. Man lernt ja aus seinen Partien. Der Turm E-D1, den habe ich nicht ganz verstanden. Zug, der hat eigentlich keine direkte Idee. Läufer D8, jetzt habe ich versucht, hier A5 vorzubereiten. Und schon kommt Springer B1. Und weiß plant jetzt wirklich Springer D2, B3, C5. Und gleichzeitig greift dann auch den Turmann auf C4. So, das wollte ich nicht zulassen, deswegen Springer E4. Mit folgender Idee, also wenn weiß jetzt die F3 spielt, ich Springer D6. Und falls dann Springer D2 kommt, dann muss ich den Turm natürlich vielleicht auf C1 abtauschen. Aber dann kann ich meinen Springer nach C4 stellen und damit wäre ich auch sehr zufrieden gewesen. Kommt dann stattdessen von ihm Springer nach C5. Dann kann ich drum herum spielen oder zur Not irgendwann mal mit dem Läufer den Springer schlagen und ich habe dann einen guten Springer gegen einen schlechten Läufer in der Regel. Da muss man gucken, wie es dann halt läuft. Aber ja, ich denke, schwarz steht danach auf jeden Fall auch klar besser. Deswegen hat mein Gegner hier nicht F3 gezogen, sondern natürlich sofort Springer D2. Und der hat ja nichts gegen tauschen, also tauschen wir ab. Springer steckt D2, Dame steckt D2. Ja, und jetzt ist wieder die große Frage, wie macht man weiter? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich richtig fortgesetzt habe. Da gibt es sicherlich auch andere Versuche, die flexibler bleiben. Ich habe jetzt F5 gemacht, weil ich weiß, seine Struktur festlegen wollte. Aber ich lege meine Struktur auch relativ fest und ich müsste nochmal analysieren, ob man das noch irgendwie noch einen Tacken besser spielen könnte. Er zog jetzt H4 und ich habe H6 gezogen. Ja, H6 war auch der Versuch, clever zu sein. Die Frage ist, ob es wirklich clever ist. Meine Idee war, mir potenziell G5 offen zu lassen. Eventuell kann ich dann mal G5 halt machen, um zu versuchen, am Königslügel was zu attackieren. Oder, falls weiß H5 spielt, dass ich dann sage, okay, der Bauauf H5 wäre dann ja nur noch von Figuren zu decken. Vielleicht kann ich den unter Druck setzen. Also, ich wollte auf jeden Fall, wie gesagt, Stichwort ist flexibel und es ruiniert ja auch erstmal nichts. Weiß spielte König G2. Gut, ich versuche den Läufer zu verbessern und wir haben wieder eine Stellung hier, wie in den Partien schon zuvor, mit den Schwarzpartien, die ich hatte, die ich allesamt gewonnen habe. Kleiner Vorteil, aber wieder so eine Art Vorteil, die wahrscheinlich bei bester Verteidigung nicht zu einem Sieg reicht. Trotzdem, wenn man so einen Vorteil hat, ist man verpflichtet, weiterzuspielen und auch versucht auch, da das Maximum rauszuholen. Aber der Gegner, vor allen Dingen, wenn er ein sehr guter Verteidiger ist, der hat gute Chancen, dann sich noch zu halten. Aber gucken wir mal, wie es weitergeht. Weiß hat jetzt auf C4 genommen. Vermutlich, muss er das mehr oder weniger irgendwann tun, weil wenn er nichts macht, kann ich vielleicht einfach hier die Figuren vertrippeln und dann ist der Druck wahrscheinlich so groß, dass Weiß dann halt nehmen müsste. Aber er macht das sofort. Und hier stand ich wieder vor der Wahl, wie ich auf C4 nehmen möchte. Ich habe mich für B-Check C4 entschieden, aber inzwischen glaube ich, dass das Wiedernehmen mit dem Turm wahrscheinlich die beste Wahl gewesen wäre. Ich muss mal halt gucken. Also das ist halt dann wieder was anderes. Die Frage ist dann, wenn Tum C1 kommt, ob ich dann mit der Dame nach C4 will oder dann nochmal und dann mit dem Bauern nehme auf C4. Aber wenn ich da mit C6 spiele und er nimmt auf C4, kann ich vielleicht sogar mit dem D-Bauern nehmen. das sehe auch interessant aus. Ja, sehr, sehr interessante Situation. Ich habe sofort mit dem Bauern geschlagen. Fakt ist, Schwarz kann nur besser stehen, aber die Frage ist halt wieder, kann man das irgendwie, kann man was Handfestes rausholen? Und wahrscheinlich kann man es nicht. Gut. Man geht zurück jetzt die Läufer C3. Und wenn man das so strategisch betrachtet, ist der Läufer von Weiß eine reine Katastrophe. Also alle seine Bauern stehen auf den dunklen Feldern. Mein Läufer ist strategisch ganz klar vorzuziehen. Aber Weiß hat im Grunde genommen nur eine einzige Schwäche, die erreichbar ist. Und ja, einer der wenigen Hebel, die mir hier noch verbleibt, ist der Bauer auf A5. Und ja, da ist nicht mehr viel, um da was raus zu quetschen. Andere Hebel, wie G5, wie gesagt, die hängen noch immer in der Luft und Weiß muss drüber nachdenken, aber gut. Ich zog jetzt hier König F7 und dann bei dem Zug habe ich mich auch ein bisschen geärgert nach der Partie. Oder, ne, in der Partie schon, weil ich denke, genauer wäre jetzt hier gewesen Dame A4, um zum Beispiel die weiße Idee mit Dame C2 zu verhindern. Aber es ändert nichts an der Tatsache, dass die Stellung wahrscheinlich auch immer noch... Wie gesagt, es ist ein Vorteil, aber man kann den Weißen ärgern und die Frage ist, ob er das halten kann. König F7, Dame C2. Weiß nutzt die Chance, verhindert jetzt Dame A4 und kann vielleicht sogar selber mal irgendwann A4 spielen. Ich habe das jetzt versucht zu verhindern. Turm B8, Turm A1, das ist auch ein Zug wieder, den ich nicht verstanden habe, weil der droht nicht A4 und also wieder einfach nur so ein Zug, der nichts verdirbt. Läufer D6, immerhin. Der Läufer steht auf D6 besser als auf E7 und ich wollte jetzt hier halt so flexibel wie möglich bleiben. Turm B1, jetzt könnte weiß A4 drohen, kann ich nicht verhindern. G6. Mit G6 wollte ich halt auch H5 aus der Stellung nehmen und wieder weiterhin flexibel bleiben. Vielleicht spiele ich mit König G6 und G5, je nachdem. Aber weiß muss immer schon drüber nachdenken, ob ich das mache oder nicht mache. Okay, er zog jetzt da mit D1. Ich hatte ja ernsthaft mit A4 gerechnet und dachte mir, was mache ich danach? Ja, ich hätte dann A6 gespielt und es ist wieder seltsam. Weiß hat jetzt, beide Bauern sind schwach, aber ich kann den Druck nicht so erhöhen, dass ich das irgendwie ausnutzen könnte. Also, ich kann mich dreimal auf den Bauern auf B4 stellen, aber weiß kann den auch locker dreimal decken. Ich kann aber nicht zweimal auf A4 angreifen, das kriege ich nicht hin. Und wenn weiß nichts macht und einfach stehen bleibt, dann hält der Damenflügel wahrscheinlich, er hält einfach zusammen. Und dementsprechend habe ich nur noch Ideen gehabt am Königsflügel. Hier hatte ich wirklich versucht, dir irgendwie G5 vorzubereiten, oder wenn ich ganz verzweifelt gewesen wäre, ich versuche E5 vorzubereiten, je nachdem und da mal schauen. Aber stattdessen spielt der Damen D1 und macht gar nichts. Er wollte wahrscheinlich einfach nur sehen, was ich mache. Ich spielte Turm B6 und dachte mir, okay, wenn du weiterhin nicht A4 spielst, dann mache ich folgendes. Dames D2, Turm A6 und jetzt geht A4 nicht mehr und jetzt kann ich da mal A4 vorbereiten. Turm A1, da mal A4. So, da dachte ich mir, okay, ich komme nicht weiter, also biete ich mal Damentauschen, an, dann versuche ich es am Damenflügel dann mit A5 im richtigen Moment. Gut, er spielte da mit C1, in dem Moment wollte er keinen Damentausch, aber nach Dame B3 war es dann doch so weit. Nehmen, nehmen. und jetzt sind die Damen vom Brett. Gut, dementsprechend gibt es auch weniger Angriffspotenzial am Königsflügel und ja, jetzt bleibt nur noch der König zu aktivieren und zu versuchen, hier am Damenflügel mit A5 im richtigen Moment irgendwas zu reißen. aber leider, aber leider, ich habe das wirklich auch analysiert mit dem Computer, scheint es nicht zu reichen. König D7, König E2, Turm A4, ich möchte gerne, wie gesagt, A5 vorbereiten und den Druck maximal auf B4 haben, aber irgendwie ist das verteidigungsfähig für Weiß. So, König C6, ich möchte euch nicht mit Varianten langweilen, aber wer das analysieren möchte, gerne, probiert es mal, also ich denke, da gibt es keinen Gewinn, ich habe auf jeden Fall keinen gefunden und in der Partie hat mich da sehr viel Bedenkzeit gekostet, wir sind jetzt genau im 40. Zug gewesen und ja, man muss ja auch praktisch handeln, ganz wichtig in der heutigen Zeit, so, König B5 und hier dachte ich mir, okay, jetzt hast du den König maximal hingestellt, A5 unterstützt und mal schauen, was Weiß jetzt macht und eine Variante ärgerte mich ohne Ende, ja, das war Läufer C3 und wenn ich jetzt A5 spiele, dann kommt es ungefähr zur folgenden Variante, B schlägt A5, Turm schlägt A3, Turm B1 Schach, ich muss König C6 spielen, weil auf König A6 verliehe ich sogar, nach Turm B6 den Läufer auf D6, also das geht gar nicht, Turm B6 Schach, König C7 und hier rechnete ich an König B2 rum und stellte fest, ich sehe nichts, ich weiß nicht, wie ich weiterkomme, schlimm ist auch, dass Turm schlägt D6 auch einfach Remy ist, da dachte ich noch, es wäre noch gewonnen, aber da habe ich nämlich folgendes übersehen, nach Turm schlägt C3, König schlägt C3, König schlägt D6, gewinne ich nicht, obwohl ich einen gedeckten Freiborn habe, weil der Weiße König kann hier zwischen den beiden Feldern hin und her pendeln, also wenn ich mich nach A6 stelle, er kann hin und her pendeln und sobald ich meinen Bauer nach vorne schicke, dann läuft er hinterher, schnappt sich den, ich schnappe mir den Bauer auf A5 und das Bauer und dann spielt es Remy. Ja, das heißt, also A5 wird Remy und das hat mich extrem geärgert und wenn er das gezogen hätte, dann hätte ich wahrscheinlich hier Turm A6 probiert, gefolgt von König A4, um immer diesen Hebel A5 zu haben und dann im richtigen Moment vielleicht zu machen und dann wäre ich mit dem Turm vielleicht etwas umständlich wieder zurückgegangen und zu gucken, ob ich da noch einen Königslügel irgendwie was aufhebeln könnte. Also, aber die Stellung ist sicherlich Remy. Ja, Weiß zog aber F4. Das war schon ein relativ seltsamer Zug und ich dachte mir, okay, wenn nicht jetzt, wann dann? Also A5. Und trotz alledem ist die Stellung wahrscheinlich immer noch Remy. Nach B schlägt A5, Turm schlägt A5, Läufer C1, es gehen noch andere Züge, aber ich möchte euch jetzt mal eine Variante zeigen, die hat mich wirklich geärgert. Also das war zum Beispiel Turm A6, einfach mal so als Beispiel. Variante ist jetzt nicht 100% hier alles forciert, aber es gibt eine Variante, wo Schwarz quasi seine Figuren maximal aktivieren kann und trotzdem kann er nicht gewinnen. Das ist unglaublich. Nach König C3 machen wir ein paar Züge. Der Computer spuckt nämlich hier fast zwei Bauern Vorteil aus für Schwarz und die Stellung ist trotzdem Remy. Läufer C1, König B5, A4 Schach. Sonst komme ich zu König A4 und Nagel den Bauern auf A3 fest, also der Bauer muss nach A4. König A5, Turm A2, Läufer B4, droht Läufer E1 und dann frisse ich den ganzen Königsvügel. Deshalb König D1, H5, Turm A1. So, das ist eine Stellung, die man irgendwie hinkriegen kann und jetzt könnte man denken, das muss doch gewonnen sein. Also der Turm ist aktiv von Schwarz, der König ist aktiv, der Läufer ist aktiv, Gedankter Freibauer. Alle weißen Figuren sind passiv und trotzdem kommt man nicht durch. Also das hat mich, das ist wirklich unglaublich, das hat mich fertig gemacht, also in der Analyse auch ein bisschen. Der Computer spuckt zwei Bauern aus, aber, ein Tipp von mir noch, für diejenigen, die sich mit Engines nicht so ganz auskennen, wenn die Engines in mehreren Varianten, also die Top 3 zum Beispiel, alle Züge mit der gleichen Bewertung ausspucken, dann handelt es sich oftmals um eine Festung. Also da können sogar vier Bauern besser sein oder noch mehr. Der Computer hat ganz große Schwierigkeiten, Festungen zu erkennen, das ist nicht seine Stärke, weil mit dem 50-Züge-Horizont, also irgendwann stößt er auf seine Grenzen, er rechnet nur noch herum und er erkennt aber nicht, dass die Stellung halt nicht zu gewinnen ist. Er sieht dann das Material oder so, oder hier diese Aktivität von Schwarz, aber es reicht nicht, man kommt nicht durch. Ja, wer einen Weg findet zum Gewinn, kann sich gerne bei mir melden, ich würde mich da, das würde mich schon sehr interessieren, aber ich glaube nicht dran. Okay, sehr interessant, aber das am Brett zu finden, ist halt auch dementsprechend schwierig. ich zog König A4 und mit dem Zug war ich doch recht unzufrieden, ja, aber am Ende gewinnt der tatsächlich, also nicht der gewinnt, aber dadurch, dass ich so schlecht gespielt habe jetzt hier, weil ich lasse jetzt Läufer D2 mit Tempo zu, Turm B5, Läufer B4 und das Problem ist, ich kann ihn nicht gut nehmen, mach ich das, dann kommt A-B4 Schach, ich muss nehmen, sonst bin ich matt und nach Turm A6 ist klar, dass hier ja, die Sache erledigt ist, also ich habe, tatsächlich ist es noch Ausgleich, aber hier muss ich ja wahrscheinlich eher aufpassen, dass ich nicht verliere und das kann es ja nicht sein, also Läufer schlägt B4, geht nicht, musste ich also Läufer C7 spielen und jetzt passierte Folgen, das ist irgendwie ganz seltsam, irgendwas passierte mit meinem Gegner, ich glaube, er hat schon ein paar Fahrzeuge vorher immer wieder darüber geliebäugelt, ich habe seinen Blick gesehen, wie er immer zum Königsvügel gewandert ist und ich glaube, er dachte immer über H5 nach und ja, jetzt habe ich das wieder gesehen und ich dachte mir so, willst du wirklich H5 spielen? Also im Grunde genommen, wenn Weiß hier stehen bleibt und nichts macht, dann hätte ich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit Folgendes probiert, ich hätte wahrscheinlich Läufer A5 probiert, Turm B8, König B5, damit ich endlich auf B4 drohen kann zu nehmen und wenn der Turm auf B abstellt, bin ich wieder flexibel am Königsvügel und kann versuchen, vielleicht wieder G5 zu spielen und dann zu schauen, ob es noch irgendwie weitergeht. Aber mein Gegner spielte tatsächlich jetzt H5 und das ist der Verlustzug. Man mag es nicht glauben, aber es ist so. Man kann sich davon sehr schnell überzeugen. Ich weiß nicht, was mein Gegner dabei sehen hat. Ich vermute, man ja dachte, Iria steht plötzlich besser, aber das ist, ich weiß nicht, manchmal hat man ja solche Anwandlungen und vielleicht hat ihm auch die ganze Zeit gestört, dass er drei Stunden lang quasi nur verteidigen konnte und wollte endlich mal was Aktives machen, aber das ist es leider nicht für ihn gewesen. Also für mich war es gut, dass er das gemacht hat, weil das verliert nahezu auf der Stelle. Also man kann sogar auf zwei Arten und Weise jetzt hier Gewinn reklamieren, also Gewinnvorteil reklamieren. Der Gewinn ist ja noch noch ein bisschen hin. Also man könnte den Bauern einfach nehmen und nach Turm H1 Läufer A5 kommt der Schwarze Angriff einfach zu schnell. Also der Gegenangriff. Weil wenn Weiß auf H5 nimmt, Läufer schlägt B4, König schlägt B4, meinetwegen Turm schlägt H6, da kann ich jetzt sogar einfach Turm A5 spielen und das Schaff hier auf A2 und jetzt Eindringen des Königs von Schwarz auf die dritte Reihe oder Bauer C3, das ist einfach zu viel für Weiß. Also der Bau auf E6 spielt dabei gar keine Rolle. Weiß könnte sogar Bauer mehr reklamieren, aber er steht dann total auf Verlust. Ja, also aber das wollte ich gar nicht. Ich habe folgende Variante gesehen und wenn man eine Variante sieht, die zum Gewinn führt, dann reicht das auch. Ich zog Turm B8, H-G6, Turm G8, Turm A1, Turm G6 und jetzt glaube ich, also ich kann es mir wie gesagt nicht anders erklären, vielleicht hat er diese Variante berechnet und dachte sich am Anfang, er könnte mit Läufer F8 ähm, oder nach Turm H3 jetzt, Entschuldigung, jetzt Läufer F8 drohen und dann Läufer schlägt H6 und er gewinnt einen Bauern. Vielleicht sowas. Wobei auch da A3 hängen würde einfach. Also ich weiß es nicht, was er gedacht hat. Das Problem ist nur, selbst wenn der Läufer F8 am Zug hinkriegen würde, könnte ich H5 spielen und der Turm auf H5 nimmt, nämlich auf G3 und dann hängt E3. Also das ist auch einfach gewonnen für Schwarz. muss man Fata Morgana gewesen sein. Ich zog jetzt hier Läufer A5 ähm und habe ihn quasi zu Läufer F8 gezwungen und mein Läufer kommt jetzt einfach nach E1 und wie gesagt, auch statt Läufer E1 geht auch H5. Aber Läufer E1 ist noch zwingender, weil ich greife ich einfach auf G3 an und ja, weiß war nichts Besseres als Läufer schlägt H6. Turm schlägt G3, Turm schlägt G3, Läufer schlägt G3. So und das Endspiel ist easy gewonnen. Ja, ähm jetzt habe ich freien Zugang zu den weißen Schwächen und mein Freibauer, der Gedeckte, spielt eine Rolle. Ja, also der Bau auf E3 ist super schwach, der Bau auf A3 ist super schwach. Er hängt sogar direkt und weiß kann ihn nur mit Läufer F8 decken. Läufer F2, ich greife direkt die zweite Schwäche an und ähm, mein König kommt rein und das ist entscheidend. König G2, König B3 und ja, ich drohe jetzt sofortiges C3, ähm, weiß kann das gerade noch soeben verhindern, aber halt nur gefühlt ein Zug lang nach Läufer F4 ist weiß quasi im Zugzwang, weil, ähm, ja, wenn der Läufer von dem Feld C3 wegzieht, habe ich C3 Schach und wenn der Läufer von dem Bauern A3 wegzieht, dann kann ich den Bauern auf A3 schlagen, zu Not, wenn ich das möchte. Ja, und der König kann genauso schlecht ziehen, ohne dass ich dann C3 mache. Also, du weißt, es ist komplett verloren. Es kam Läufer A5, ähm, ich habe jetzt noch nicht einmal sofort auf A3 genommen, obwohl das auch gewinnt, weil ich wollte einfach König C2 nicht zulassen. Also habe ich Läufer E7 gespielt. Fand ihn auch sehr genau. Aber, wie gesagt, König C3 gewinnt auch, aber es ist immer wichtig und gut, wenn man, ähm, dem Gegnern gar nichts gönnt. Also nicht die kleinste Schummelchance. A4, jetzt nehme ich, weil, mit Angriff auf den Läufer und Weiß hat keine Zeit zu König C2. Deswegen Läufer B6, König B3. Ja, und hier hätte Weiß natürlich auch schon aufgeben können. Er probierte noch Läufer C5. Aber nach C3 Schach, König D3, konnte ich ganz einfach auf C5 nehmen. Und wenn der Bauer jetzt genommen hätte, läuft mein Bauer durch und hält seinen Bauern locker auf. Also von daher, jetzt saß mein Gegner ein und gab auf. Ja, ähm, ich hoffe, ich war nicht zu schnell. Ich habe den fünften Versuch gemacht, jetzt hier das Video aufzunehmen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich sehr über Abonnenten freuen, über Likes und Kommentare. Tut euch da keinen Zwang an. Ich würde mich, ich beantworte jede Frage. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald. Ciao.